Unsere Ministerin Christina Schröder ist wieder auf Arbeit im Kabinett. Sie hatte ja eine Geburtspause eingelegt und steigt jetzt wieder in die Berufstätigkeit ein in der Regierung Merkel. Sie geht offenbar davon aus, dass sich das noch lohnt. Sie ist auch unter den berufstätigen Müttern die einzige, für die der Krach zu Hause als Erholung von der Arbeit erscheint. Christina Schröder ist diese Hübsche. Sie sieht ein bisschen so aus wie meine gutaussehende Mitbewohnerin in 30 Jahren. Morgen geht's weiter.